Die Evo Vegeta Arcs auf diesem Kanal waren schon ziemlich episch, bei einem lief es nicht so, bei dem anderen schon eher. Doch aktuell gibt es einen neuen Evo Vegeta, den nicht nur ich haben will, sondern jeder. Freunde, im Dragon Ball Super Kart Game gibt es eine neue Rarität, die God Rare Evo Vegeta. Schaut euch diese Karte an, diese Karte sieht richtig geil aus und wir werden heute versuchen, diese Karte zu ziehen. Also gut Freunde, weswegen wir jetzt aber hier sind, ist das hier, das neueste Display, Realm of the Gods. In diesem Display haben wir an der Stelle zum allerersten Mal eine God Rare. Diese God Rare ist ein Evo, die allererste God Rare ist einfach ein Evo Vegeta. Ich will gar nicht wissen, was die Pull Rate ist, das will ich überhaupt nicht wissen wirklich. Die ist lächerlich gering sicherlich, aber ey, a man has dreams. Ihn gibt es natürlich auch als Secret Rare, wenn ich ihn als Secret Rare ziehe, wäre es auch geil. Wir geben den ganzen einen Versuch, wir haben ein komplettes Display, Freunde. Und wir bekommen hier an der Stelle ein SR oder SPR direkt garantiert, wenn man hier das Display öffnet. Also die liegt oben drauf, das ist ein Bonus, das ist ein Bonus. Aber außerhalb davon könnt ihr natürlich, wenn es so wie zuvor ist, bis zu zwei SPR vom Display bekommen. God Peck, sondern vorhin sollte es meines Erachtens sein auch geben. Jouhuuhu. Wir haben tatsächlich eine SPR, direkt. Geil. Guckt, die liegt da einfach oben drauf. Geil. Die nehmen mir so was von an. Schaut euch mal diese SPR an, Leute. Das ist einfach. Uigoku hier gegen Shiden. Realm of the Gods, Ultra Instincts, SPR. Richtig geil, dass wir den direkt gepullt haben, ey Wenn auch ihr Interesse an dem Dragon Ball Super Card Game habt Und euch auch einen Versuch gönnen wollt Für den Goddra Evo Vegeta Also checkt gerne den Link in der Beschreibung ab Ihr gelangt zu meinem Partner Gang2TheGames Und aus ihrem Shop spart ihr dann mit meinem Code Osadu5% bei eurem Einkauf Jedenfalls, Freunde, wir haben hier an der Stelle folgende Booster Art Box Wir haben hier ein God Chance Stimmt, Coco Black Rosé Wir haben Buys und Wins, richtig stark Und wir haben natürlich King Uigoku Die verdienen auch nicht viel Zeit Und öffnen jetzt mal Ein Pack nach dem anderen Ähm Ich bin natürlich Darauf gespannt, was wir hier pullen Und was nicht Ich muss jetzt nur kurz Bisschen umdenken, weil es ein anderes Setup ist Aber das sollten wir schon hinbekommen Am Anfang mach ich natürlich Ein bisschen langsam, weil ich kenne die Karten nicht Ich sammle die Karten auch nur Ich weiß nicht, welche Spiel stark ist Und so weiter und so fort Dementsprechend Ähm, genau Könnt ihr es mich gerne wissen lassen Ah, okay Attack of the Dark Empire Das ist jetzt die Reverse Fall Dahinter ist was Oh, hey Demon God Putin Okay, wenn man das falsch ausspricht Dann ist das ein bisschen Aber die kennt man doch auch aus Dokern Direkt eine erste S-Aerie an der Stelle gezogen Pack Nummer 2, Leute Virus und Wins, bringen sie uns das Glück Ich werfe einfach alles auf den Buch Da ich schon kann Laber nicht Junge, wenn das Trophy sehen würde Der würde umkippen, wenn er den sieht So, Meiderachunks Badgy da Die Legende Oh, hey Future Gohan und Gohan, lol Keiner kennt den Magetta die Legende Unsere Oh, wir haben eine Oh, das ist geil Wenn man Leader Reverse Fall zieht Kann man gut vorstellen, dass die Reverse Fall Etwas Zumindest ein bisschen was wert ist Da unten haben wir Beerus Aber genau Champa die Legende als Dida hier als Reverse Fall gezogen Und dann, ja Also ein normaler R Coco Black Rosé Der wartet schon darauf, leider Der ist gewillt Metabra Lol, einfach rumschi Junisen-Karte Piccolo Hey, Robeloo Hey, Robeloo gab es auch mal Robeloo SC habe ich doch gezogen Doch, ich glaube schon Trunks Farne Sun Frost Die Legende Oh, okay Samas Super Stemmel Oh, Varos Reverse Fall Ah, oi Vielfach Gug am F am Start Aber normaler Varos Reverse Fall war hier am Start Gott Trunks, Freunde Gott Trunks Karten sind die auch Äh, finde ich gut Das Gott Trunks Ich finde es an sich geil Was Dragon Ball Super Card Game hat Wirklich viele Aus vielen Bereichen Die Karten Also zum Beispiel Dragon Ball Heroes Charaktere gibt es hier Und so und so fort Ey, das Ey Gott Trunks Die da Karte Hey, wenn wir Gott Trunks Reverse Fall ziehen würden Wäre es geil Einfach so, dass wir den haben Badgy Town Oh mein Gott, Leute Wartet mal Ich glaube, ich realisiere hier gerade nicht Dass ich hier Punkt, ne Dass hier ein Evo drin ist, Leute Das ist einfach der Evo Hunt Oh, guck mal Virus Reversal Vor allem haben wir normal gezogen Oh, der Goku sieht auch geil aus Zeigt mir was Oh, ich habe da ein bisschen was gesehen Im Hintergrund Schaut ihr auch? Warte mal Ne, ich mache mir gerade glaube ich Viel zu sehr Hoffnung Chillt mal Halt mal den Ball flach So Osuru halte den Ball flach Kakaroto Was Oh, okay Lol Senus Hände Von den beiden Leute, warte mal Ich glaube, hier ist was Oh mein Gott Wir haben unsere erste S-Bear gezogen Weißt du, was ich meinte mit Okay, halt den Ball flach Ich habe den Background gesehen Und ich habe mir Hoffnung gemacht Dass Evo ist Also die S-C-Evo Aber nein, ne Wir haben hier Vegeta Die S-P-A Vegeta fahre ich auf jeden Fall Bin ja Vegeta-Fanboy Wie ihr Kerber zeigt Wer der Boss ist Und Die Karte sieht nice aus Für eine S-P-A Das ist jetzt Theoretisch sollten wir noch eine S-P-A haben In diesem Display Das war ein geiler Pull Definitiv S-P-A Special Rare Ah, Virus Hier auch Lila Lila Karte Ja, tatsächlich Oh Hey, die Karte Gibt es die Karte als S-P-A Die würde ich feiern Golden Freeze und MVP 17 Fand ich cool, die Karte auf jeden Fall Oder beziehungsweise Szene an sich Legende, Jiromi Samas Reverse-Foil Ah, schade Uigoku Ich mag mich, ne Wie ich so einfach hier Ich hole einen Booster rein Und sage einfach, was drauf ist Genau das Videl Samas Spaß, guckt euch So ein Goku Ey, ich merke auch schon Ich mache ein bisschen schneller Weil die Hände hier Sie werden richtig zittrig Wir brauchen noch einige Packs So eine Wir haben noch einige Packs Wir haben schon eine S-R Wir haben eine S-P-A Gezogen Oder ist die Rose-Foil Ah Dreams Okay Dann muss ich natürlich alles aufräumen Das wird natürlich Oh, die Hit-Karte sieht geil aus Ey, das ist so ein Jojo-Charakter Hit an sich hat ja sowas wie ein Stand Finde ich Definitiv Aber speziell auf der Karte Sah so aus Straight aus Jojo Apropos Jojo Da kommt ja auch Und das Spiel Evolution Vegeta wäre natürlich Richtig geil Das ist natürlich Big Dream Spaß, bürgt euch Ey Mache ich Hö, Wish Was Was ist das Sind so Wish-Karten neu Das ist eine Liederwunsch-Karte Oder was Weiß gar nicht Tatsächlich Das ist echt zum ersten Mal Aber kann gut sein Dass es sowas schon mal gab Ähm Ja, wartet mal ganz kurz Manchmal sehe ich So die letzte Karte Ein bisschen davon Und dann mache ich mir dick Hoffnung Das war jetzt so golden und so Aber Dreams, Leute Ah, ey, auf Okay, stopp, 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 stopp Alarm, 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 Alarm Ohne Spaß, Alarm Wisst ihr warum? Nach der Reverse-Fall Kommt eigentlich dein Hit eventuell Aber wir haben hier Kaba Und dann kommt eine normale Oh nein Ich, okay, ich hab Okay Oh mein Gott Okay, tut mir leid Das war mein Fehler Das war mein Fehler Ich dachte, da kommt noch eine Das, was ich so gesehen habe War von Kaba Ich hatte gerade richtig Hoffnung Dass da eine Secret Rare oder so ist Ladies and Gentlemen Horst ihr her Denn für euch gibt es nun etwas zu gewinnen Und zwar ein Gift-Item Vom Realm of the Gods Dragon Ball Super Kart Als auch ein Gift-Item Von Yu-Gi-Oh Und zwar Müsst ihr hierzu Einmal ein Like Auf das Video da lassen Ihr müsst Abonnent des Kanals sein Und ihr lasst mir einen Kommentar Da Auf diesem Video Und lasst mich wissen Wie ihr Den God-Rail-Vigator findet Und welchen God-Rail Ihr euch als nächstes wünschen würdet Das waren gerade richtige Dreams Oh mein Gott Ich hör mal auf damit So Einfach sinnlos Spannung gemacht Hier für nichts Davra Weg mit dir Keiner will dich War das Ob dich keiner will Ist eine andere Sache Spannung gemacht Der Emigra Okay Keiner Den Spaß kenne ich schon Aber ich sag es einfach so Votomo Oh Bulma Future Reverse Fall Das ist eine richtig schöne Karte In Reverse Fall Und dahinter ist Coat in der Lappen Aber diese Karte In Reverse Fall Die ist echt schön aus Let's say go Ey guck mal Universum 7 hier You know this Champa die Legende Das wieder Vardos Soll ich mal so No-Look öffnen Dreams No-Look Blick mal Ich mach No-Look Und dann Durch die Karte verbiegen Oder so Oh Dieser God-Chunk Sieht geil aus Nur eine Reverse Fall Sieht aber trotzdem Geil aus Und dahinter haben wir Fusion Summers Als normale R Puh Ist das ein Call Wieder Karte Raube Lu Haben wir die wieder Die Dame Ja Gerabe Toa Okay Macht einen auf IG Model Oh sehr geil Die Vegeta hat's foil Dahinter sein Oh Okay Uh Kurz wieder Big Dreams gehabt Aber Wir haben eine S Äh eine Super Auch eine schöne Super R Tatsächlich Vegeta und Trunks Was machen die Beefen die sich hier Oder keiner Weiß Komm schon A man has dreams Ah guck mal Das ist jetzt normal Und vorhin haben wir sie Vollgezogen Kerbe Das ist geil Wir haben Ui Goku Leader Als reverse Fall gezogen Das ist richtig geil Wieso freue ich mich Über so geile Reverse Fall Karten Weil überlegt mal Ihr spielt das Spiel Das ist euer Leader Und ihr wollt ihn dann Natürlich in reverse Fall haben Also mit so einem Leichten Holo Effekt Deswegen Das ist ein richtig Geiler Pull Meiner Meinung nach Also ich weiß nicht Was es wert ist Aber ich hab's euch Dann angewendet Im Prinzip Aber einfach so Dass ich den gepullt hab Das freut mich schon Ach das war sogar der Hier guck mal Das war sogar der Hier einfach Witzig Okay Leute Wie gesagt Eine SPR sollten wir noch haben Einige SR noch Also ist noch alles offen Potenzial Wer weiß A man has dreams SR oder The Legend of God Oh das ist ein SR Okay Das ist ein SR Fuse Zamas Sieht auf jeden Fall auch geil aus Fuse Zamas Riecht aggressiv An sich sowieso schon Das sieht auch cool aus Als SR Freunde Jetzt Komm Einfach Einfach ein Model Komm alle Ah ihr habt In dem Pack hatten wir Einige neue Cauten Die wir noch gar nicht So gesehen haben Die ersten paar Das Oh mein Oh 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 Witzig ein geiler SR Vor allem sind Die meisten SR Vegeta Das freut mich Gott Vegeta Als SR Unison Karte Der sieht richtig geil aus Es hat mich kurz Ähm Schockiert Weil ich die Reverse Foil Gar nicht so gesehen habe Aber das war unser Reverse Foil Big Die SR Die nehme ich definitiv an Ich feiere die Godform Bei Vegeta So oder so Ich finde das sieht richtig geil aus Bei ihm Und Dementsprechend Nehmen wir sie An Packs werden weniger Die Hoffnung Alter was Es gibt sogar so eine Awaken Karte Mit Vegeta Und Trunks Okay Ich weiß Ich will sehr viele Karten In Reverse vollziehen Aber Wenn ich die in Reverse Vollziehen würde Wäre es richtig geil Guck mal Superstellung ist auch am Start Die Dell So ein Gohan So jetzt müssen wir gucken Oh guck mal Ey Wir haben Supreme Court of Time Als Model Reverse Foil Gezogen Ja an der Stelle Dahinter leider nichts Aber die Dame Nehmen wir auf jeden Fall an Also gut Freunde Oh I don't wanna know Wir haben noch 8 Packs Wisst ihr worauf ich lust Soll ich sagen Ja das machen wir jetzt Die letzte Karte Von diesen 8 Packs Lege ich hier Verdeckt Hier hin Naja das könnte nämlich Pulitzer ein Hit sein Das heißt wir haben So ein 8er Booster Dann im Prinzip Im Endeffekt Mit hoffentlich Geilen Karten So Was meine ich Die letzte Karte Könnte Pulitzer ein Hit sein Ich lege sie hier hin So Wir schauen uns die Karten hier an Was wir hier so haben Und was nicht Oh Wir haben diesen Freezer Als Reverse verliert Golden Freezer Den haben wir auch so Noch gar nicht gesehen Machen dasselbe Genau hier weiter Ähm Mit diesem Pack Und dann haben wir Auch Also aus den 8 Hits Müssen wir Also Eine SPR Wird auf jeden Fall Da drin sein In den 8 Hits Muss eigentlich Definitiv Pro Displitzer SPR Oh Die als Reverse Ist auch geil Ähm Und wir haben noch Wir haben bis jetzt 4 SR gezogen Wie viel SR war noch mal Pro Display Ähm 5 oder 6 Oder sowas Weiß nicht Ich hab ab und zu das Gefühl Das ändert sich mal Immer von Set zu Set Aber Wir gucken das jetzt einfach mal Also wir Ja Wir sehen das dann einfach Gut Welche Reverse Foil Haben wir hier Wir haben So ein Trash an Spaß ey So ein Gohan Geil Ja Super 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 Hero Feier ich Dass der Boy Und Piccolo Da ein bisschen Highlight bekommen werden Oder mehr Highlight Ich bin gleich so gespannt Ich bin Auf die 8 Karten Dann im Prinzip Die wir da gleich Uns angucken werden In einem Rutsch Ey lol Gibt euch Wir haben Zeno hier An der Stelle Einfach als Reverse Foil Gezogen So pass auf Vier Packs Haben wir noch Spannend wird es Auf jeden Fall Bin auch sehr Top gespannt Bam So Ich finde es auch gut Dass bei den Dragon Ball Super Card Games Die Hits einfach hinten sind Dass man da nicht so Card Tricks machen muss Und so Ist das ich mal Okay noch drei Packs Aber der glaubt ja Belieft ja Belieft ja Alter Wenn ich dann SCA Evo Ziehen würde Allein das würde mir Schon reichen Wirklich Die SCA Evo Die Godrap Ich glaube Von den Godrap Zu träumen Ist wirklich Big Dreams Entweder du hast Glück Oder nicht Nur logisch Aber Weißt du Wenn man das so Hunted Dann kann das Echt nach hinten Losgehen auch Imagine Ihr habt euch So ein Komplettes Case Wie viele sind da drin 12 Displays Oder so Ähm Und dann Boah Und dann zieht ihr den da nicht Obwohl ihr ihn wolltet Und so Und dann I don't wanna know Aber so ist es halt So ist es halt mit diesem Das ist dann im Prinzip Ne Real Life Catcher Hier So Unser letzter Booster Leute Bam Jetzt beliebt ihr mal So wie Videlia Die ist schon ready Die ist ready Zum Gebären Leute Hier ein SPA SCA Die Gebärdungszeichen SCA Jetzt Leute Gut Der war nichts Oh Das ist ein R Evo Nicht Evo Sondern Super Sehr Blue Vegeta Oh Oh mein Gott Ohne Witz Ich dachte es ist ein SCA Ey diese Effekte von SPA Karten sind auch heavy Okay da ist unsere zweite SPA Leute Margarita Ey ich hatte gerade so Wie Ich hatte gerade so Big Dream say Weil ich auch so Gnuch So hochgezogen Oh Da ist ein SCA Ah jetzt beziehen wir die ganzen Engel Aber ich hatte wirklich Heavy Dream say Kommt da noch was Oh Oh Hilfe Ah schade Am Ende war es doch ein Vegeta Okay Freunde Aber ich denke schon Das Ja also wir haben In der Hinsicht gut gepult Also in dem Display sind ja ein paar Sachen garantiert Hier zum Beispiel Zu SPA und unseren Ford Aber wir haben in der Hinsicht gut gepult Definitiv Das von den meisten SR war für mich jetzt der Vegeta am Start Also ich feiere Vegeta logischweise Ähm Und wir haben noch extra noch Von der Box vom Display Ein SPA gezogen Das heißt wir gehen jetzt quasi mit 3 SPA raus Auf jeden Fall nice Das sieht sehr cool aus Die SPA Ja Margarita Weg mit der Das ist geil Die Karte feiere ich Und hatten wir hier an der Stelle 1 2 3 4 5 SR 5 SR Darunter einige Vegeta Karten Dementsprechend freut mich das definitiv Wie gesagt Checkt gerne meinen Partner aus Links in der Beschreibung Freunde Gate to the Games Mit dem Code OZO Spart ihr 5% Bei eurem Einkauf Ich bedanke mich fürs Zusehen Und dann sieht man sich auf jeden Fall Das nächste Mal wieder Macht's gut Peace Peace When I pull up at your girl Mommy wanna be my world You a man bro Don't you cry I'ma get her back After I'm done I'm done Next time you wait Won't be alright Est SYst닥 Ich bewege Toch Und dann Das Ich hoffe Für Und dann